so hallo ihr lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde cooking diary ja wir sind ja hier unter oder unterliegen ja noch der kontrolle von monsieur lechon ja wundert euch nicht es ist immer noch ausgegraut ich nehme das ganze noch im voraus auf weil ich besuch bekomme zwischenzeitlich das weiß ich schon und damit es nicht wieder zu ausfällen kommt mache ich jetzt mal eine runde deutlich im voraus gut ihr lieben ich würde sagen damit muss sich ein weiteres bild von uns machen kann werden wir doch einfach mal ins nächste level starten level 19 möchte ich nämlich gern erreichen sechs mal exzellente bedienung alles klar und 550 münzen das sollten wir doch hinkriegen oder vielleicht auch nicht oh ich komme selber zu besuch na das ist doch mal nett oder ich besuche mich selbst ein traum so dann gebe ich mir natürlich einen kaffee na immerhin weiß das spiel was ich gerne trinken so zwei kuchen müssen wir machen dann müssen mal hier was besorgen und er braucht da noch ein bisschen länger um sich noch was auszusuchen und noch einen kaffee möchte der herr ist zwar kein problem doch ist richtig na gott sei dank ich dachte schon das ist doch sehr gut so hier guck mal kriegst du schon mal ein croissant jetzt auf hier schon wieder unnötige wege so neuer kuchen du machst so dann schnappen wir uns hier schon mal einen kaffee holen uns noch den schokokuchen dazu und dann haben wir wenigstens die kombine einen donut und einen tee und dann möchte er einen kuchen sie möchte einen kuchen und er auch okay dann kriegst du aber schon mal hier ein bisschen was im voraus gucke mal hier ist ja wunderbar so dann arbeiten wir uns jetzt mal von oben nach unten durch das kriegen wir doch hin backen noch einen kuchen nebenbei und warte mal stellen hier schon mal einen neuen hin sehr gut ein croissant möchtest du und den kuchen nehmen wir mal vorsichtshalber raus bitteschön die dame ja haben wir geschafft sehr gut level 19 abgeschlossen cool es gibt wieder eine belohnung drei diamanten und 30 minuten ohne dass ich ein leben verliere gut hatte ich jetzt bis dato tatsächlich also in den normalen restaurants noch gar nichts bei dem food truck hatte ich das ja nun schon des öfteren mal aber macht nichts gehen wir hin dann gucken wir mal monsieur lechant erst mal solchen zweiten herd verbessern warum das möchte ich eigentlich gar nicht aber ja komm sie darf ich aber kann ich noch gar nicht kann ich hier bei den zutaten vielleicht was machen ja noch nicht okay also passen jetzt schon nicht weiter wieso nicht das ist nichts zu meckern jetzt kommt level 20 ein schwieriger level ja richtig da ist es wieder jetzt wird es wieder interessant ja ihr seht es bei mir immer noch das valentines event es tut mir auch wirklich leid dass ich soweit im voraus aufnehmen muss aber hallo kommt hier wer wie wär's denn mit einem lecker törtchen ha gucke mal dann kriegst du hier schon mal sowas und noch ein t und ein croissant kriegst du dann kriegst du noch dein blaubert törtchen wunderbar und ein kuchen da rein und noch ein kuchen da rein hier kannst du schon mal hingehen neu anmachen und gucke mal dann machst du mal den einer dahin kriegst du schon mal ein t also für mich ist das t jetzt habe ich nicht gesehen was der will verdammt so was blödes ja okay kann man ja mal machen dann musst du leider noch einen moment warten nein donut donut und ein tee alles klar und ein tee möchte der gut jetzt kriegst du hier einen blauberg kuchen zwei neue in den ofen einen tee wollte er haben so dann holen wir uns hier den kaffee und hier schon mal so einen erdbeer kuchen gibt es dahin und einen schokokuchen oh gott das gibt ärger mit dem typen ja hättest du noch was anderes schnelleres gewollt wäre das toll gewesen ja bitteschön schoko hier hin na das schaffe ich nicht den schaffen wir nicht mehr aber wir haben es geschafft nur den einen halt nicht mehr okay 1129 na das ist doch mal nett ich kann kein französisch alle gäste sind so verrückt nach diesem essen entweder träume ich oder ich oder aber ich habe meinen kulinarischen sinn verloren den muss ich auf den grund gehen dürfte ich münchen lechant mon dieu also so ein bisschen was kann ich schon äh kaufen kaufen wir das kaufen wir soundsystem und der rest ist noch unterwegs sehr gut ich glaube er ist erstaunt dass es denn doch schmeckt auch nicht schlecht so kommen gleich weiter in die nächste runde level 21 los geht's ich bin voll motiviert hier macht aber also mir macht es einen heiden spaß das spiel ist halt stressig ja aber so ist das eben so mit erdbeeren mit blaubeeren kaffee kriegst du schon mal zweimal donuts einmal hier einmal da einmal überall einen erdbeerkuchen einen blaubeerkuchen und einen leckeren kaffee dazu bitteschön so dann kannst du hier schon mal was kriegen du kriegst auch schon mal was und einen leckeren kaffee bitteschön so hier gibt es einen schokoladenkuchen mit blaubeeren hallo habe ich hier nicht auf den kaffee gedruckt warum denn das nicht croissant einen kuchen komm jetzt ziehen wir mal den ja vor blaubeeren schoko so immer drücken isa immer nicht vergessen hier auf die knöpfe zu drücken so einmal einen erdbeerkuchen einmal so dann muss man noch einen kuchen backen schokolade und ich habe es gerade noch gesagt wa ich habe es doch gerade noch hallo ich klicke da drauf und also ich fühle mich immer ich fühle mich massiv gemobbt kann da wohl nicht wahr sein so hier bitteschön blaubeeren noch einen kuchen dann kriegst du schon mal einen kaffee und ja gucken wir mal wer hier er fertig ist na der blaubeerkuchen ist er fertig und so bitteschön und siehst wir kriegen schon mal vorab was das können sie schon mal in ihre tasche packen der weg ist ja doch ein bisschen vielleicht weiter ich weiß es nicht schauen wir mal oh ziele haben wir erreicht gott sei dank aber auf keine sehr schöne art muss ich mal sagen so sehr gut level 21 abgeschlossen ja das war nicht so gut das war wirklich nicht so gut aber macht nichts so lechon was ist los genial dein essen ist eine wahre offenbarung der test ist beendet ich würde sagen du hast bestanden aber vergiss nicht dass dies nur der erste test war sie ist wie ein übungsritus um ein waschechter koch zu werden die nächste prüfung wird nicht so einfach averia darauf gebe ich dir mein wort als kritiker ich kann es kaum fassen wir haben es geschafft das werden sie nicht bereuen monsieur lechon na hey sehr gut oh was kriegt man hier schönste pflanze auf dem markt alles klar sehr gut da ist sie wo steht sie jetzt ah hier unten alles klärchen ja ich habe doch immer noch nicht genug diamanten haben wir hier mal wieder einen erfolg münsch reisgetränkespender in deiner konditorei also das müsste ich wahrscheinlich wirklich alles mal durcharbeiten ja sehr cool also haben wir lechon überlebt erst mal aber der ist immer noch da der ist immer noch da oh mein gott ich bin besorgt ich bin besorgt wir können uns wirklich nichts leisten tablet tablet snacks ist alles ne ich habe nur 6 ok beim dekor ne das grüne möchte ich ehrlich gesagt nicht ach das wollte ich doch mal machen zwischen den folgen gucken wir mal aha kann man denn also für ein video kriegt man das denn oder wie ok das mache ich dann mal zwischen dieser und der nächsten folge aber jetzt starten wir in level 22 los geht's 570 und keiner darf wütend sein also manchmal bin ich hier wirklich ein bisschen irritiert das oh gott jetzt kommt noch eine creme dazu ich fass es ja nicht ich fass es ja nicht die kommt da hin so donuts dann so sehr gut und ein kaffee und er möchte eine weiße buttercreme torte alles klar hier schon mal gucken dass der das kriegt mit erdbeeren und ein kaffee äh warte mal erdbeeren kommt hier hin und eine weiße buttercreme warte mal kaffee kriegst du schon mal hier brauchen wir zwei sohne sehr gut eine weiße buttercreme torte auch das haben wir im angebot das ist kein problem einen kaffee kriegst du schon mal das ist gut hier noch einen kuchen so der soll mit blaubeeren sein dann gibt es hier das ganze mit kaffee und tee äh weiß mit erdbeeren dann machen wir mal so uff uff tada tja ich singe ja schon mit mit dem ganzen kram so ähm so einen kaffee bitteschön kriegen wir alles hin komm komm wir ne pushen so und hammer juhu also man merkt das wird schon ein bisschen ja schon ein ganz bisschen sehr schön so ja ich hab's grad gesehen dass ich weiße buttercreme freigeschaltet hab so wie sich das gehört ich hab immer noch nicht genug mhm mhm was fehlt mir denn jetzt hier um noch an Rubine zu kommen oder wie auch immer die heißen 1000 Minuten im Spiel okay goldener kaffee ja kann ich nicht verbessern gerade 10.000 herzen 50 gedanken indem du auf gäste tippst oh guck mal das kriegen wir doch mal hin ach ihn kann ich nicht okay das müssen wir mal nebenbei machen hier das ist ja kein problem oder ach so guck mal jetzt ist hier schon wieder der der nächste wo ist denn das jetzt hin hä wo ist denn das jetzt hin ach hier und oben alles klar 38 von 50 mhm 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 hat das jetzt auch gezählt ja tatsächlich guck mal dann machen wir doch mal dann kriegen wir wenigstens hier so ein bisschen klick klick haben wir naja gut immerhin einer 7 was können wir damit jetzt aufwerten 7 vielleicht sollte ich wirklich erstmal warten bis alles andere da ist die Getränke kann ich verbessern ja das soll ich ja machen ne in 4 Stunden alter Schwede sehr gut dann haben wir jetzt gar nichts mehr da kann ich jetzt nur nach Werbung gucken um wieder mehr zu kriegen und ja dann musst du sowieso erstmal abwarten wie hier meine ja Prestigepunkte sich verhalten wenn hier der ganze Rest eingetrudelt ist so nach und nach ne ich meine die Blume passt da hier schon mal hin ne und dann würde ich ja tatsächlich gerne beim Interieur ja wenn hier zum Beispiel auf die Möblierung noch gehen aber das mache ich wenn ich den nächsten Rubinen denn habe und den Springbrunnen das wäre vielleicht auch ganz nett das soll wirklich unser Innenleben hier nochmal ein bisschen pimpen ne so nach und nach ja ihr Lieben ich würde aber sagen dann mach mal an dieser Stelle für diese Folge erstmal Feierabend ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen dann bin ich nämlich bis Donnerstag schon fertig und kann in Ruhe meinen Besuch empfangen ja dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet also bis dahin macht's gut ciao ciao